Wenn die Aktienkurse fallen, dann versuche ich mich in meinem Wikifolio-Trendfolge Long Short Small Cap gegen diese fallenden Aktienkurse abzusichern. Mein Absicherungsinstrument ist ein Short ETF. In diesem Video möchte ich kurz reflektieren, wie so ein Short ETF eigentlich funktioniert bzw. wie das in meine Absicherungsstrategie reinpasst oder welche Risiken es auch bei einem solchen Short ETF gibt. Vorher aber ein Disclaimer. Und zwar der Inhalt dieses Videos dient ausschließlich der Information und Unterhaltung und stellt keine Anlageberatung und auch keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. In diesem Video dokumentiere und reflektiere ich meine eigenen Gedanken und Erkenntnisse und möchte niemanden in irgendeiner Form beeinflussen oder zu einer Handlung motivieren. Die Zuschauer sind ausdrücklich aufgefordert, sich zu den Inhalten eine eigene Meinung zu bilden und sich fachkundig und unabhängig beraten zu lassen, bevor sie ihre Anlageentscheidungen treffen. Die Absicherung bei fallenden Aktienkursen mit einem Short ETF in den vergangenen Wochen ist aufgrund des Corona-Crashes eine intensive Abwechslungsbewegung an den Aktienmärkten zu beobachten gewesen. Alle waren davon betroffen. Und in solchen Phasen kann die Auswahl oder der Einsatz dieses Short ETF sogar über eine Absicherungsstrategie hinausgehen und zu einer Hauptstrategie werden. So, was ist aber ein Short ETF? Wie ein ganz normales, traditionelles ETF bildet ein Short ETF auch die Entwicklung eines zugrunde, beispielsweise eines zugrunde liegenden Index wieder. Also während ein ETF auf den DAX genau die Wertentwicklung des DAX auch widerspiegelt, macht ein Short ETF das auch. Aber, und das ist das Besondere, mit umgekehrten Vorzeichen. Also man spricht oftmals auch von inversen ETFs. Das heißt, wenn der zugrunde liegende Index, zum Beispiel der DAX, wenn der um 5% fällt, dann steigt das Short ETF um 5%. Oder wenn der DAX um 5% steigt, dann fällt das Short ETF. Also auch eine Spiegelung der Entwicklung, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen, also eine inverse Entwicklung, die dort wiedergegeben wird. Und das kann man in dieser Grafik oder in diesem Beispiel, was ich hier mal aufrufe, ganz gut sehen. Und zwar habe ich hier einmal ein Short ETF von DBX Trackers ausgesucht. Und man kann hier wunderbar sehen, das blaue ist der DAX und das schwarze ist das Short ETF. Und so ab Ende Februar, in dem Moment, als der DAX anfängt zu fallen, fängt dieses Short ETF an zu steigen. Und ja, zeichnet genau die Entwicklung des DAX nur eben mit umgekehrten Vorzeichen wieder. In meiner Handelsstrategie, im Wikifolio, nutze ich ein anderes Short ETF und zwar eins von Luxor. Und das ist doppelt gehebelt. Das heißt, auch das spiegelt die Wertentwicklung wieder mit umgekehrten Vorzeichen, aber mit einer doppelten Hebelung. Also wenn der DAX um 5% fällt, steigt dieses Short ETF, was ich nutze, nicht um 5%, sondern um 10%. Und auch das kann man hier an dieser Kurve sehr gut sehen. Also ab Ende Februar wiederum fängt der DAX an zu fallen und das Short ETF hier steigt eben mit doppelter Intensität. Allerdings, das Problem, was es gibt, ist, dass der Teufel im Detail hier steckt. Also die Korrelation von zugrunde liegendem Index, zum Beispiel DAX und Short ETF ist nicht immer so simpel, wie ich es hier dargestellt habe. Und da komme ich gleich darauf zu sprechen, wenn ich über die Risiken eines Short ETFs spreche. Jetzt vielleicht einmal zu meiner Handelsstrategie. Wann baue ich jetzt eigentlich Short ETFs zur Absicherung auf? Wann baue ich Positionen auf? Und zwar in meinem Handelssystem spielen ja die gleitenden Durchschnittslinien von 50, 100 und 200 Tagen eine übergeordnete Rolle. Die haben eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Und mit diesen Durchschnittslinien steuere ich zum einen meine flexible Aktienquote und zum anderen steuere ich damit auch den Aufbau von Absicherungsstrategien. Also immer dann kann man grundsätzlich sagen, wenn der DAX eine dieser Durchschnittslinien von oben nach unten durchkreuzt, beginne ich die Absicherungsstrategien zu installieren bzw. aufzubauen. Also ich gehe dann an Engagements in diesen Short ETF ein. Grundsätzlich könnte man also sagen, dass ich mit den Absicherungen beginne bzw. aufstocke, wenn der DAX die jeweiligen Durchschnittslinien von oben nach unten durchkreuzt. Und grundsätzlich halte ich die Short ETFs sehr kurzfristig, weil ich an solchen Punkten von kurzfristig sehr stark fallenden Kursen ausgehe und dagegen absichern möchte. Mit anderen Worten heißt das, dass ich meine Short ETFs auch sehr schnell wieder auflöse. Beispielsweise, wenn dann die Durchschnittslinien von unten nach oben wieder durchbrochen werden oder wenn andere markante Kursschwellen passiert werden. Wenn der DAX unter allen drei gleitenden Durchschnitten liegt, wie zurzeit, dann ist grundsätzlich meine Short Strategie aktiviert. Das heißt, da werde ich bei entsprechender Kursentwicklung auch kurzfristig weitere Short ETFs auf- und abbauen. Und per heute ist meine nächste Signalschwelle beim DAX die 10.500 Punkte. Das heißt, wenn der DAX unter 10.500 Punkte auf einer Tagesschlusskursbasis notiert, also unter 10.500 Punkten schließt, dann werde ich wiederum die nächsten Positionen im Short ETF auf- und ausbauen. Jetzt stellt sich aber die Frage, warum halte ich diese Short ETFs eigentlich, wenn die Grundsätzliche Short Strategie aktiv ist, so wie jetzt, warum halte ich dann die Short ETFs eben nicht über einen längeren Zeitraum? Und dazu muss grundsätzlich gesagt werden, dass der Einsatz von Short Instrumenten etwas Erfahrung benötigt und man damit sehr, sehr, sehr vorsichtig umgehen sollte. Und in meinem Ansatz gehe ich sehr aktiv mit diesen Short ETFs um. Ich baue schnell Positionen auf, die ich auch schnell wieder auflöse. Die durchschnittliche Haltedauer, die liegt sogar nur bei wenigen Tagen, oftmals sogar nur ein oder zwei Tage, die ich einen Short ETF habe. Und der Grund ist diese, also nicht zuletzt ist einer der Gründe, warum ich das so mache, die sogenannte Fahrtabhängigkeit. Eines der großen Risiken beim Short ETF. Was heißt Fahrtabhängigkeit? Mein Konkretes, was ich nutze, Short ETF, das wird tagtäglich neu berechnet, beziehungsweise auf einer täglichen Basis wird der Wert berechnet. Und die inverse Abbildung des Index gilt deswegen nur auf Tagesbasis und bei einer längeren Haltedauer kann es zu erheblichen Verzerrungen kommen. Das nennt man Fahrtabhängigkeit und das möchte ich mit diesem kleinen Beispiel hier einmal erläutern. Und zwar nehmen wir an, am Tag 0 ist der DAX bei 10.000 Punkten. Ich gehe ein Short ETF von 1.000 Euro ein und der DAX fällt am Tag 1 um 5%, also auf 9.500 Punkte und dementsprechend gewinnt das Short ETF 5% zu, steigt also auf 1.050 Punkte. Am Tag 2 fällt der DAX weitere 100 Punkte, also um 2,1% und entsprechend steigt wieder das Short ETF um 2,1%. Allerdings gemessen auf den Wert an Tag 1. Und an Tag 3 fällt der DAX weitere 1,1% und entsprechend steigt das Short ETF wiederum um 1,1%, allerdings gemessen auf der Basis von Tag 2. Ja, also diese 1.072,05 von Tag 2, 1,1% dazu und steigt das Short ETF auf 1.083,84%. So, jetzt kommt das Spannende, am Tag 4 steigt jetzt der DAX um 3,3% und entsprechend fällt das Short ETF um 3,3%. Ja, und im weiteren Verlauf können wir sehen, am Tag 8 steht unser DAX wieder bei 10.000 Punkten. Es hat sich auf die Sicht von den 8 Tagen beim DAX eigentlich gar nichts getan. Das Short ETF steht aber nur noch bei 992,48. Es hat also über diese 8 Tage ungefähr 1% verloren, obwohl der DAX genau an dem gleichen Punkt wieder steht. Und je nachdem, wie hoch die Schwankungsbreite des zugrunde liegenden Instruments ist und je nachdem, wie lange man dieses Instrument hält, also das Short ETF hält, wie lange die Haltedauer ist, kann das zu erheblichen Verzerrungen führen und das nennt man eben diese Pfadabhängigkeit. Also die kann sich negativ auf die Performance ausüben. So, was sind jetzt die Vorteile? Warum nutze ich ein Short ETF und nicht andere Alternativen, die man ja auch absichern kann, zum Beispiel Futures oder Optionen oder Zertifikate beispielsweise. Ja, also einer der wichtigen Gründe ist für mich, dass bei einem Short ETF, dass es kein Imitentenrisiko gibt. Das heißt, sollte der Imitent Zahlungsschwierigkeiten kriegen, in Insolvenz rutschen, dann ist das Investment des Anlegers nicht in der Insolvenzmasse, wie das zum Beispiel bei Futures oder bei Optionen oder auch bei Zertifikaten der Fall wäre, sondern beim Short ETF handelt es sich wie bei allen ETFs um Sondervermögen und es würde deswegen nicht in die Insolvenzmasse fallen und das nennt man eben, dass es kein Imitentenrisiko gibt. Zum anderen besteht bei einem Short ETF kein direktes Totalverlustrisiko, weil es beispielsweise keine Knockout-Grenzen, wie bei vielen Zertifikaten beispielsweise gibt und es ist auch, also das Short ETF ist auch kein Börsentermingeschäft. Das heißt, es handelt sich dort auch nicht, oder es existiert kein Risiko, was aus bestimmten Kursen an einem bestimmten Stichtag herrühren könnte. Trotzdem, es ist ein sehr spekulatives Instrument, das mit erheblicher Vorsicht und mit erheblichem Risikomanagement gehandelt oder eingesetzt werden muss und es sollte auch keinesfalls dauerhaft zur Absicherung eines Portfolios eingesetzt werden und auch nur von Anlegern mit erheblicher oder mit hinreichender Erfahrung für solche Absicherungsstrategien eingesetzt werden. Was mich jetzt interessieren würde, nutzt ihr auch Absicherungsstrategien? Was sind eure Erfahrungen damit? Welche Instrumente nutzt ihr? Oder sind aus eurer Sicht Fragen offen geblieben, wie ich meine Absicherungsstrategie einsetze? Dann stellt diese Fragen gerne unten in den Kommentaren. Ich würde mich sehr freuen, wenn es dort zum Austausch kommen würde. Ich wünsche euch jetzt erstmal weiterhin erfolgreiches Investieren und ich freue mich schon auf das nächste Video, was ich zu meinem Wikifolio Trendfolge Long Short aufnehmen möchte. Bis dahin! Viel Erfolg!